Ja, aber warum wird es hier schon wieder so dunkel? Ich bin doch schon auf Gamma 4, oder? Das hier wäre normal. Oh. Ja, das ist jetzt richtig scheiße. Ich bin nämlich tot. Wieso? Bin aber abgestiegen. Er ist aber abgege... Er ist aber abgefallen. Ey. Ja, perfekt. Nice. Haben natürlich meinen Fallschirm nicht mehr ausgerüstet gehabt. Ja. Jetzt sind wir im Pokal. Oh. Das sieht halt hier überall so aus, als ob wir den hier gezähmt haben. Überall. Ja, ich gucke gerade mal, ob das hier war. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe gar keine Ahnung, ob wir südlich, östlich, nördlich waren. Ja, ob es war nördlich. Ich kann mich auch hören. Ja, ich fliege gerade die ganze Südseite ab. Ansonsten müssen wir dann wirklich mal hier Dings... Da müsste ich halt... Ja, scheiß drauf, ich baue jetzt ganz kurz hier einfach ein Fundament hin. Hey, warum wird es auf einmal wieder hell? Okay. Schmelzt mir ein Metall oder so. Oh, gut. So. Boah, tsch. Brauche ich. Bisschen Feuerstein, bisschen Stein. Dann haben wir es doch schon. Oh Mensch. Wie teilt man oben? Keine Ahnung. Äh. Noch nie gemacht. Bisschen Holz als Brennstoff. Zip. Hab hoffentlich ein bisschen Rohmetall. Bei einem Metallbaren reicht das. Ich brauche ja nur einen. Warte mal, du brauchst diesen geilen Kuchen, um den zu zäben. Optimal. Okay, dann brauchen wir... Dann müssen wir die Beete dann irgendwann mal machen. Keine Ahnung, ich will jetzt hier nochmal lang, um den hier vielleicht zu... So, hab ich den nicht mal gehabt, aber ich hab die Rüstung verloren, wo ich den drauf hatte, in der Höhle. Genau das war's. So. Wollte ich den jetzt nochmal aktivieren? Ich... F-C. Hm. Dino-Tracker oder was? Ah ja, da... Ah, und da kann ich ja sogar Wild-Dinos suchen. Managarm. Einer, weil ich nicht im Schneebi rumgehe. Egal. Tribe-Dinos. Zara-Feind. In dieser Richtung, dann wird das halt äh... Wollte wirklich im tiefsten Norden sein. Wollte wirklich im tiefsten Norden sein. Ich weiß, wo im Norden? Ich bin jetzt hier schon einmal abge- äh, ich bin hier schon einmal gut gespürt. Der zeigt halt nur die äh... Richtung an, leider. Markiert mir den nicht so schön. Kannst du in dem Auto Schnee bejogen und guck nochmal, ob du irgendein High-Level findest. Ja. 29 einfach. Ja. Ziemlich genau muss ich eh durch. Ja, da die Session sich sowieso auch demnächst am Ende gegnet, flieg ich jetzt erstmal direkt im Wege dahin und pack den ein, dass wir dann quasi vielleicht einfach nächste Session nochmal probieren, nachdem der Server nochmal ein bisschen neu gestartet ist. Wenn nicht, müssen wir das halt mal vielleicht auch nochmal den Befehl oder so. Ich würde alle mal neu spawnen, dass das jetzt äh, ein bisschen ein bisschen was kommt hier. Ja. Aber warum wird's hier schon wieder so dunkel? Ich bin doch schon auf Gamma 4, oder? Das hier wär normal. Oh. Ja, das ist jetzt richtig scheiße, ich bin nämlich tot. Wieso? Oh. Bin aber abgestiegen. Er ist aber abge- er ist aber abgefallen. Ey. Ja. Perfekt. Nice. Haben natürlich meinen Fallschirm nicht mehr ausgerüstet gehabt. Toll. Willst du euch dich abholen, irgendwie? Äh, da ist irgendwo ein Bett. Oh, ist sogar am Norden. Na, guck mal, ist ja sogar in der Nähe von dem Manner. Da ist ne Werkbank. Ich... Ich... Weil hier bin ich ja... Ich bin ja gar nicht... Das sieht zwar so aus, als wär ich in der Nähe. Hier. Wenn ich jetzt einfach weiterlaufe, so, aber... Ich bin ja nicht mal ansatzweise irgendwie. Ich seh das Schneebium nicht mal. Ich bin ja hier in diesem scheiß Dschungel. Äh... Ah, hier ist doch sogar eine Werkbank, Mann. Voll gut. Siehste. Schau euch mal. Managam Sattel. Äh... Fasern, Leder, Schittin. Äh, scheiße. Den werden wir hier nicht haben. Fasern, Leder, kommen wir hin. Schittin leider nicht. Nicht. Ich wollte eigentlich nur zeigen, wie es aussieht. Ähm... Ansonsten kannst du mir nicht einfach schnell ein Bett bauen, oder so? Weil hier bin ich ja... Ich bin ja gar nicht... Das sieht zwar so aus, als wär ich in der Nähe... Hier... Wenn ich jetzt einfach weiterlaufe, so, aber... Ich bin ja nicht mal ansatzweise irgendwie. Ich seh das Schneebium nicht mal. Ich bin ja hier in diesem scheiß Dschungel. Äh... Ich... Ja... Ich baue ein Bett. Ich baue dir mal ein Bett schnell. Ach doch, hier ist das Schneebium. Okay. Ja gut, bringt mir aber auch nichts. Jetzt bin ich hier im Norden. Ich muss ja erst mal wieder meine Zeug holen. Äh... Ich hab gleich ein Bett. Digga, ich geb... Ich geb Gamma ein. Drück Enter, er steigt ab, alter. Perfekt. Danke dir. Hä? Ich glaub ich den in meinem Dienst noch hat, ne? Wo ist denn jetzt mein Foundation hin? Ach, hier. Hier. Kannst ja jetzt schnell... Schnellreise machen. Ja. Wollen wir mich jetzt umbringen gehen, weil ich schon von der Basis weg bin. Äh... Ja. Bringen wir doch mal die Klippe runter, oder? Das wird nichts bringen. Perfekt, Alter. Ich krieg immer zu 10 Schaden. Immer wenn man es nicht braucht, man springt, dann stirbst du. Wenn du es mal brauchst. Digga, ich krieg gar kein Fall-Damage hier. Ich töte jetzt den Obus. Das sieht ja so geil aus jetzt weg. Stego. Hallo? Machen die alle so wenig? Dammit. Jetzt könnte mir immer irgendjemand hier... Schnell mal umbringen. Warte mal. Ah, easy. Suicide-Potion, Alter. So geht das. So, wo jetzt? Da? Ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Mhm. Also, weil ich hier diesen Warmatten... Hast du gerade da unten den Schaden gemacht? Ja, Digga. Ja. Möchtest du mal ein Dino ausleihen? Ja, ich muss jetzt einfach mal mein Zeug holen. Okay, hier. Dann... Äh... Jetzt bin ich natürlich hier wieder... ganz falsch. Na, kacke. Laufen. Ah. Joa, ne? Jetzt habe ich wieder keinen... Course-Finder. Jetzt muss ich wieder durch das Schneeding durch. Eigentlich... Eigentlich muss ich außen rum, weil... Ich sonst sterbe ist wahrscheinlich. Mal gucken, wie viel Leben ich abgezogen bekomme. Ja, genau. Der ist ein scheiß Drodornis, Digga. Die scheiß Blinte jetzt. Ich knall den so weg. Ja, okay. Es wird halt schon jetzt... eine enge Kiste werden. Nein. Nein. Hier. Nein, ich bin tot. Gott da. Nein! Da war es nicht so weit weg von dem... von dem Bett, ne? Da ist ja zu Glück das Bett jetzt, ja. Ja, ich war mein Zeug... Ja, wie viele Drohnen sind denn jetzt dort? Vier, oder was? Ja... Du bist umgefallen direkt, ne? Ja, ist halt so OP. Die Dinger gehen mir auch so auf den Sack. Ja, ich muss hier hin. Ja, jetzt zerstören sie auch noch meine geile Schettin-Golz. Und ich konnte hier. Ah, die Trodons. Es ist ein Trodon. Wie viel bist du auf die Fresse? Arg? Ja. Dankeschön. Prost. Digga, vor allem meine doppelläufige... Vor allem da war nur einer. Ja, ich schieße den weg. Ich komme einfach zwei von hinten irgendwie. So, ich verlier doch gar nicht so viel Leben. Ja, Digga. Ja, jetzt ist das Bett auch besetzt. Willst du mich verarschen spielen? Ah, super Abschluss, Mensch. Ja, Digga. Was ist dies? Warum springst du von deinem Ding ab, Alter? Ich bin nicht abgesprungen. Er ist einfach... Er ist einfach... Ich... Wollte den... Einfach zeigen, wie Gamma normal aussieht. In dem Moment fällt der einfach runter, wo ich mir so denke, perfekt. Vielen Dank. Wollte ich jetzt. Ach, naja. Dann soll ich mir den Fallschirm doch wieder in mein Inventar packen. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen dabei gehabt. Stimmt, weil ich den verloren habe in der Höhle. So, hast du seitdem eigentlich mit Kin 9 gemacht. Ich bin mir niemals über diese Schneebie um. Ah, geil. Gar keine Ahnung, wo das war. Muss ja in die Richtung jetzt sein. Einfach... Ich weiß gar nicht, ob das über dem Schnee war. Ich weiß gar nicht, ob welche Entfernung man diese Scheiße sieht. Mal gucken, ob es irgend so einfach so ein Feind-Dings gibt. Wo man, äh... Nicht extra so ein scheiß Gerät bauen muss, um Sachen zu finden. Wo man einfach im Arc-Menü selber, habe ich schon bei anderen gesehen. Da gibst du das einfach ein. Dann findet man da alles. Was? Das müsste doch aber langsam hier irgendwo mal kommen. Klipp ich echt aus jetzt, ne... Wenn das jetzt weg ist... Ah, da ist es ja. Okay, nice. Hauptsache es taucht erst so kurz davor auf. Zum Glück wusste ich noch ungefähr, wo das war. Ah, hier ist es ja. Dann erstmal... Du. Jawoll. Und da sind die Sachen. Lass mich raten, die sind genau, dass ich nicht rankomme, oder? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So, jetzt bitte ran. Kann ich hier einfach so... Ich will nicht mal landen, alter. Ah ja, sehr gut. Dein Hurensohn. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Wetten, die Drohnen sind ja immer noch. Ich bin zu viel. Ey, ja, ich krieg die Keule. Jetzt ist ja meine Leiche irgendwo auf so einem Stein. Wo man nicht... Wo ich nicht landen kann. Hier ist doch aber eine Fläche, Junge. Lante. Ja. Geil. Schön ist, ich werde sowas von runter fallen, wenn ich hier absteige. Ah. Oh, geil. Und hier... Ja, ich komm ran. Nice. Okay, Zeug hab ich schon mal wieder. Boah, Digga, dass jetzt hier die Trudons direkt bei meiner Leiche sind. So, ich komm auch... Komm, Bixer. Jetzt kommen hier noch so komische Libellen, Digga. Ist mir grade heiß? Ich bin im Schneebiom, alter. Warum ist mir heiß? Okay. Okay. So, dann wieder ungefähr die Richtung müsste das sein. Komm ich jetzt zurück. Mit beiden Vögeln, hoffe ich doch. Jawohl. Ach, verpiss dich! Hallo, renn! Du Idiot! Bastard, alter, du. So, ich lass jetzt den Finger von der Tastatur gehen. Da bist ich, du Bastard, alter. Ist bei dir der blaue Biliske in der Nähe? Was soll ich nicht kennen, aber du bist ja dahinter dann. Ja. Bin ja in der Nähe. Dahinter, ja. Bin ich genau dahinter. Ja, ist klar. Der Vogel hält ganz schön Distanz, Mensch. Kannst du mal ein bisschen schneller machen? Komm, Digga. Papist dich. Hallo? Papist dich, du Bastard. Hallo? Was ist er denn? Er ist gestorben, Aurig. Ich seh dich, glaub ich, oder? Ne, bist du nicht. Ne, ne. Ich bin ja gerade erst wieder auf dem Rückweg. Das dauert noch ein bisschen. Zwei, drei Minütchen. Digga, ich kill jetzt sowas von die Trudons. Aber dieses Haus fährt denn. Bis zu der Entfernung. Wo sind sie denn? Hallo? Hallo, Shift-Taste? Willst du vielleicht funktionieren? Dankeschön. Ey, ich muss warten auf den Vogel, weil er nicht hinterher kommt, oder wie? Oh. Ja, mein Typ ist warm, übelst. Hat... Hat... Vor allem wo Wasser. Warum ist ihm so arschwarm, Digga? Sein Ernst? Mir war halt im Schneebium heiß, wie gesagt. Das war echt toll. So. Müsste jetzt langsam hier kommen. Und in dem Gebiet muss auch irgendwo der, äh... Der Mannagarm sein, wie gesagt. Was? So. Ja. Ja, genau. Hier ist der Fluss. Dann müsste ich ja hier eigentlich gleich... Warte. Okay, ja. Hab den Mannagarm einfach gefunden. Perfekt. Bin jetzt beim Mannagarm. Bin jetzt beim blauen Obelisten immer noch. Äh, der ist da weiter links. Okay, ja. Dann nehm ich den Mannagarm auch gleich mal mit. Ja, wunderbar. Ne, pass auf. Ich packe ihn direkt ein. Dann muss ich mir darum keine Sorgen machen. Sarah. Jawoll. So. Dann probieren wir das doch mal auch als allererstes Mal. Gar kein Plan, wie das geht. Eigentlich doch nur so. Und dann... Ja, so. Zack. Geil. Der muss natürlich gut gesichert sein. Am besten packe ich den. Hier rein. Ich glaub, da ist er ein bisschen sicherer. Hast du Koordinaten für mich? Ja. Ja. Hab ich. Okay, sag mal. 27,5. 34,6. Okay, also noch ein bisschen weiter hier lang, K. 30,5. 27,5. Da müsste da vorne das Bett sein. Kommt der Adler. Da müsste ich gleich wieder an dem Fundament sein. Ach komm, Digga. Ach komm. Halt's Maul. Ah, da vorne richtig. Perfekt. Ach komm, Digga. Uhrensohn. Reicht's jetzt. Nicht abfocken. Wo ist denn jetzt hier der andere schon wieder? Digga. Wie hat er denn aufs Maul mischt? Ja, auf einmal. Wo bist du? Mal da. Wo ist der komische... Wo ist der andere Vogel? Hat der sich hier wieder mit jemandem angelegt oder was? Ah. Hä? Ach, da ist der. Ja. Hä? Ich hab das Gefühl, wenn die einem folgen, sind die irgendwie langsamer als... sie können. Als würden sie nicht sprinten oder so. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir's. So. Gut. Ah, da ist ja das Fundament. Nice. Jo. Okay. Dann... bleiben wir erstmal hier, würde ich sagen. Jo. Sind wir auch wieder am Ende der Session angekommen. Ein Managamama zumindest. Können wir aber am Anfang der nächsten Session nochmal vielleicht den Befehl eingeben und dann einfach nochmal gucken, ob wir Glück haben. Ansonsten... Ja. Wollen wir dann einfach hier die Session enden? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Plan für nächste Session steht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020